EDEKA – das Unternehmerunternehmen Vor über 100 Jahren schlossen sich selbstständige Kaufleute in Einkaufsgenossenschaften zusammen. Ein unabhängiger, dezentraler und genossenschaftlich organisierter Verbund, der zur größten mittelständischen Unternehmerinitiative Deutschlands werden sollte. Mit dem gemeinsamen Namen EDEKA. Die rund 4000 selbstständigen EDEKA-Einzelhändler sind als Mitglieder der regionalen Genossenschaften Herzstück und Eigentümer des gesamten EDEKA-Verbunds. Die selbstständigen EDEKA-Kaufleute wie Herr Müller haben ein eigenes Unternehmen. Sie sind mit ihrer Umgebung verwurzelt und formen zusammen mit ihren Mitarbeitern ein Team aus Lebensmittelexperten. Der Kaufmann hat das Unternehmen oft von seinen Eltern übernommen und will es fit halten für die nächste Generation. Heute betreibt er seinen eigenen EDEKA-Markt und entscheidet grundsätzlich selber über Angebot, Preise, Ausstattung und Personal. Er und sein Team kennen ihre Kunden und deren Bedürfnisse persönlich. Kaufmann Müller legt zum Beispiel viel Wert auf Lebensmittel aus der nahen Umgebung. Es ist ihm ein persönliches Anliegen, mit Herstellern aus der Region zusammenzuarbeiten. Schließlich will er für seine Kunden immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Großhandelsbetriebe der regionalen Genossenschaften sorgen für die tägliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmer. Sie unterstützen sie mit hochqualitativen Produkten, die zum Teil aus eigenen Produktionsbetrieben kommen. Mit cleveren Logistiklösungen. Bei der Planung, Finanzierung und Durchführung bei Geschäftserweiterungen oder Neugründungen. Und bei der Aus- und Weiterbildung. Und das ist noch nicht alles. In den Händen der selbstständigen Kaufleute liegt auch die Edeka Zentrale in Hamburg. Sie verantwortet die Koordination der Strategie des Edeka-Verbunds im Interesse der Kaufleute und der Genossenschaften und ist zuständig für Aufgaben von nationaler Bedeutung. Dort werden hochwertige Edeka-Eigenmarken entwickelt, die das Sortiment und die Attraktivität des Angebots bereichern. Und das Edeka-eigene Fruchtkontor arbeitet weltweit eng zusammen mit Obst- und Gemüseerzeugern. Für mehr Frische, Vielfalt und Geschmack. Übergreifendes Marketing und Kommunikation werden gemeinsam entwickelt und zentral koordiniert. Marketing, das die Marke Edeka stärkt, für sie begeistert und Spaß macht. Und es werden neue technologische Infrastrukturen und zukunftsweisende Innovationen erprobt und angeboten. Fassen wir mal zusammen. Die Edeka Zentrale koordiniert die nationale Strategie. Der regionale Edeka Großhandelsbetrieb ist verantwortlich für Warenversorgung, regionales Marketing, Expansion, Vertrieb und Logistik. Und die einmalige Expertise und Leidenschaft der selbstständigen Edeka-Unternehmer und ihrer Teams bilden wiederum das Fundament für eine persönliche Beziehung zu den Kunden und Geschäftspartnern vor Ort. Dadurch hat jeder Edeka-Markt seinen einmaligen Charakter. Und eine Atmosphäre, in der Einkaufen nicht nur Spaß macht, sondern in der Einkaufen auch zu einem Erlebnis wird. Kaufmann Müller ist Edeka. Wir alle sind Edeka. Edeka. Wir lieben Lebensmittel.